Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde in Let's Plays Guild of 1002 der deutschen Übersetzung von der J-Trans Version 2.02 Beta Revision 187 und mit dabei ist der Kill Build, der Quatsch hier schon wieder voll dazwischen, ey. Yo, yo, check, check, kill B ist am Schlafen. Yo, kill B und mit dabei ist auch die Mary. Yo, 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 check it out, ey. Ihr seid voll die Bros und Brosinen, yo. Brosinen, ja, irgendwie Brosinen. Der ist voll die Brosinen, ey. Das heißt doch eigentlich anders. Wer wegen dann? Die einen sind die Bros und die anderen sind die Flies, oder wie sind die? Fly Girls. Ja, irgendwie so, irgendwie. Yo, ich glaube, wir haben hier die Rolente gefunden, yo. Ah, das ist bestimmt für uns. Nee, B-Boys und Fly Girls. Yo, genau. Ihr seid die Bro Girls und die Fly Boys. Nein. B-Boys und Fly Girls, Mann. Mein Gott, ey. Freestyler. Freestyler. Rock the Vogel. Rock the beat. Boah, guck mal hier, Instant Kill, boom. Guck mal, wie stark ich bin. Vorbei. Ah, verdammt. Ein Schlag, ein Toto. Bisher wie Chuck Norris. Ich bin Chuck Norris. Nur mit langen Haaren. Und du bist jetzt der Rechts. Ja, warum nicht? Ist die Stadt, Mann. Ja, ich will doch in die Stadt, Mann. Warum? Nach oben geht's doch nicht. Nach Oland geht's doch nicht. Ja, Oland geht's doch nicht. Ich muss auch nur die Stadt. Schlag geht's doch hoch. Ey, voll der Noob, ey. Voll der Kackpratze, Noob, Alter. Äh, Kackpratze. Kackvogel. Eine Brackenkatze. Ich gebe's dem Kackvogel. Das ist ein Nagelvogel. Ein Nadelvogel. Oh, der Nagelvogel. Weißt du, wir sind jetzt fast fertig mit Kämpfen und Killwill. Der verwandelt sich jetzt erstmal. Mit dem Popoöl. Du bist auch so ein Popoöl, Alter. Du kannst mal nageln mit den Nagelvogeln. Bin ich froh, wenn wir mit diesem Spiel fertig sind, dass ich endlich das Popoöl los werde. Ja, dann hast du mir heimlich versprochen, dass du dann Megaman machst. Auch noch klammheimlich, du. Ganz klammheimlich, dass du es endlich mal reingekriegst und das Ende sehnt von Megaman. Ich will's sehen. Ich hab nämlich ausnahmsweise auch ein bisschen geholfen. Aus Versehen ein bisschen geholfen. Ja, das ist dein Aufnahme. Mein Gott, als ob ich. Ich will nicht auch noch ein Let's Together mit dir bei Megaman, sag ich ja. Let's Mega. Let's Mega Together. Alle reinquatschen und sagen wie blöd du spielst. Ja, ja, geil. Oder akut. Was akut? Vielleicht sind dann auf einmal voll special. Ach gut, auch gut. Nicht akut. Es ist voll akut. Es ist akut gut. Vielleicht tue ich es ja auf einmal dann voll abgehen, so bei Megaman. Oh, weiß ich ja nicht. Voll mega. Ja, voll mega. Mega. Und wo jetzt lang? Ja, jetzt rechts. Ich glaub nach rechts, ja. Da links war es, glaube ich, nur ein Sprecherpunkt. Ja, links war doch nicht. Wenn das auch mal richtig läuft, brauchen wir nicht mehr jeden Sprecherpunkt fünfmal mitnehmen. Ah, Roland. Ich will erst mal fragen, wer da ist. Ja, ich mach. Ja, ist denn das überhaupt da unten? Ja, das ist ein Biestkinder. Bis, Mary, wie geht das euch? Das sind alle zwei Blüten, gell. Der Vater der Geflügelten? Ich verstehe. Hier entlang. Bitte seid vorsichtig. Hier dann bitte klick und dann machen wir erst mit dem Berg runter. So, natürlich. Das ist noch falsch. Ich muss doch gleich, dass der lang geht. Ich hab's gleich gecheckt. Ihr wolltet dazu stehen auch um und gucken, aber... Huibam. Sag doch gleich, dass du da... Ich bin hier lang. Ich hab'n Plan. Bin nicht vergessen, sondern noch. Oh. Und der Plan sagt, wir sind hier voll so geil in Sack. Ohne gekommst. Ohne gar nichts. Wie gar nichts, war ja. Eine Höhle ohne mit gar nichts. Oh mein Gott. Ein Ritter. Ich bin hier hängen geblieben. Abziehe, Alter, hier nur 10. Standart du Ritter, oder was? Ich zieh' dem nur 10 ab. Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Du underpowered bist. Ich bin voll armer. Ich bin ein armer Ritter. Du bist voll armer, impopu. Hier geht's runter. Und da geht's rauf. Oh, so ein Zufall. Ich weiß nicht, ich wollte mal runtergehen. Ich wollte mal hochgehen. Warum? Ne, hier geht's nicht weiter. Ich weiß es. Nein, 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 nein. Da ist ein Speicherbuch. Wir haben schon lange geblieben. Das ist kein Speicherpunkt. Guck, da geht's auch weiter. Ja, nicht wirklich. Hier sind bloß Greg, ich noch siehst du das nicht? Guck, mach doch mal die Augen auf. Machen Sie mal die Ohren auf. Ja, Mann. Dann würden Sie auch sehen, dass hier im Abgrund ist. Dann springen Sie da ja nicht runter. Seien Sie vorsichtig, da im Abgrund. Wir haben doch vergessen, den Kalender reinzubehren. Ja, mach mal. Wenn Sie da runterfallen, was denken Sie, das dauert eine Stunde, bis Sie unten aufgeklatscht sind. Oh, ich hab was Neues gelernt. Geil. Nein, ich kann gleich mal was Neues special verzaubern. Du kannst ja mal eine Bobo kratzen, ja, mit deinem special... Du kannst ja mal eine Bobo kratzen, ja, mit deinem special... Ich bin ja auch mal zaubernden, ich bin ja von der Zaubernden ja eigentlich. Geil. Oh, Kraft, was? Kraft, was? Oh, Kraft, was? Oh, Kraft, was? Oh, Kraft, was? Heile mich, heile mich. Dich, ja, wieso? Biss du so andere Probe? Ich bin ein Noob. Ich bin Noob. Ich mach Kraft. Oh, mit, 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 wie heißt sie nochmal? Flammatik. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Forster. Ah, Forster ist für Anna da. Na, so ein bisschen, genau. Katschum, boom. Was heißt, hast du jetzt Energie bekommen? Ich hab's gar nicht... Ich hab's gar nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, ja, aber ganz wenig nur. Ich glaube, dem... Kann das sein, dass du den das Leveln musst, den Zauber? Ja, das kann sein. Also, beim Siegdorf-Mann 1, was ja so, dass man die Leveln musste. Nee, nicht geist, sondern. Ja, bei, glaub ich. Das ist mein Geist. Ich kann auch... Ich kann auch, ich hab auch was gelernt. Ich glaube, ich muss Intelligenz da machen. Abwehrschwächen. Oh, super. Ich tue mich jetzt demnächst dann dort leveln. Ich will dir deine Abwehr kommen. Boah, der... Der Hauptjahr hat von den Mega-Titten. Wo? Wo, nach vorne? Wo denn? Du hast natürlich gleich wieder zu Brei gehauen, ey. Ihr hattet Titten? Ja. Quatsch. Ich zoome in der Aufnahme für dich ran. Tu mal ein Hintergrundbild mit sowas machen und dann das in der Aufnahme rein. Und dann so groß, kleiner machen lassen. Ja, kommt das mal mit hier hoch. Aber ganz langsam. Das ist doch Lufti, nicht der Geflügelte. Lufti, das ist Flamie, Mann. Flamie. Seht, der Vater der Geflügelten. Er ist noch etwas zu jung, um Vater genannt zu werden. Ja, ich bin erst nur 700 Jahre alt. Geiles, geiler Background, ne? Muss man sagen. Ja, ein Kind. Kannst du uns zum heiligen Mahlerland fliegen? Curry, was sagen Sie? Der Hintergrund sieht geil, also, ne? So, als die Artkugel. Jo, der ist voll fett. Siehst mal, wie hoch wir sind. Jetzt weiß ich endlich, was die da in dem Cover von dem Super Nintendo Cover. Da ist ja auch dieser Hintergrund. Kannst du das mal aufbauen? Total. Ist auch so, ne? So. Ich glaube nicht, dass ihn das geschmeichelt hat. Musst du da ihm schmeicheln? Du bist kein Vater richtig. Du bist kein Vater richtig. Du bist ein Mädchen. Deshalb bist du wütend, oder? Natürlich. Ziggisch meinst du. Und in diesem Fall brauchst du einen hübscheren Namen. Hm. Wie wäre es mit Lufti? Wir wäre es. Wir waren Schreibfehler, umrecht. Ja, da stand Bier. Bier wäre es. Bier. Du magst ihn? Gut. Lufti, bitte bring uns zum Heiligen Land. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Was? Nicht? Auf zum Marnerland. Auf zum Heiligen Marnerland. Dem Ende entgegenfiebern. Du, 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 ziel das Insel des Vergessens, 80er Jahre, Powermucke. Ähm. Powermucke. Alles klar bei dir? Genau, verlebt mir. Mila, können wir lachen wie die Birne über Ujiyama und dann fällt sie runter und fällt auf das Gesicht. Was? Aber ich habe das Gefühl, Lufti weiß nicht, wo wir landen müssen. Komm, wir gucken uns mal hier die ganze Erde an. Jo, jo, jo. Verschwer nichts verraten, aber du steuerst die. Ich steuer hier überhaupt nicht. Quatsch, nett. Mach dir das Wuchst du alleine? Ja, ohne Scheiß. Voll durcheinander, ey. Der pickt ja, kann fliegen. Wieder wie ein Vogel über den Fujiyama. Meinst du, ein Vogel? Ey, mit vier Vogeln, ey. Da muss man eigentlich voll Turbo sein, ja? Turbo? Turbo-Boost. Oh, ich habe einen Platz gemacht. Heiligeland. Ja, das Heiligeland. Dies ist das Heiligeland. Seht euch die ganzen Körper an. Ich glaube, dass Mana hat nicht ausgereicht. Ich glaube, dass Mana hat nicht ausgereicht. Hä? Seht euch die ganzen Körper an. Seht euch die ganzen Körper an. Welche Körper, die geilen Küssen oder was? Ich glaube, dass Mana hat nicht ausgereicht. Seht euch die ganzen Leute an. Ja, seht euch die ganzen Toten an. Aber Körper, hallo. Das klingt so, als wenn da irgendeine Baywatch-Blickste dort liegt oder so. Seht euch die ganzen Leiche an. Seht euch die geilen Körper an, Alter. Also, David Hasselhoff kommt schon angesprochen. Manchmal ist es auch das Mana und manchmal ist es die Mana, ne? Ja, also irgendwie, das Mana hat nicht ausgereicht. Ja, der meinte, damit die Zauberkraft hat nicht ausgereicht. Der, die das... Also, ich weiß, das klingt ja voll... Also, Körper, ne? Warum? Es klingt scheiße. Punkt, aus Ende, weiter geht's. Wenn Toten dann halt Toten und wenn... Ja, schau dir die ganzen leblosen Körper an von mir aus auch noch. Die ganzen seelenlosen Totenkörper. Die ganzen seelenlosen, die ganzen Ungläubigen. Ich glaube, weil... Weil ich glaube, ich glaube, dass Mana hat nicht ausgereicht, ne? Also, wer soll denn das wissen, ich meine? Das ist nur Vermutung. Heiliges Mann, Anna. Gut. Was ist mit der Lusung? Steh auf, man! Der Bieskönig. Einer auf Smiley-Krieg, aber... Ich mache volle Möhre. Das ist tot. Guckst du nämlich, Tote? Nicht Körper. Wir sind jetzt... Also, können wir schon mal einen Bieskönig ausscheiden lassen. Der hat's nicht geschafft. Da ist auch noch ein Bieskönig, guck mal. Ja, stimmt. Also, die Bieskönig haben ein bisschen einen... Schaut an einem Zapp. Also, lass uns erst mal gucken, was es hier noch so schön ist anzugucken gibt. Juhu! Und Blumen und ganz viel Grün und... Ich sag mal nichts, wir müssen noch oben. Boah, wusstest du das nur? Ich hab geraten. Ich hab gemütet. Juhu! Königspuschel. Topopuschel, Königspuschel, Popopuschel. Popopuschel, Popopuschel, alles klar. Das ist dein Lieblingspuschel. Oh ja, den sticht total drauf, ey. Das ist dein Popoöl mit Popopuschel. Setz hier bitte nicht mal an, du Kaka-Frosch. Ich werde dich zerschnitzeln. Ha, wenn schon bist du da gar nicht. Oder doch nicht. Das ist ganz schön gut, ja. Königs. Warte mal hier. Erst mal links gehen. Mein Gefühl sagt, erst mal links gehen. Mein Gefühl sagt, da war auch sowieso nichts weiter anderes. Königs, Pogopuschel. Und das ist, das ist der weiße Kirby. Das ist der Wirbelangriff. Das ist der übelste Schnitzelangriff. Guck mal da, 132. Und jetzt kommt der Roundhouse Kickangriff. The Roundhouse Kick, genau. Booyaka. Spinnen. Halt. Cupcake. Nein, die Blumen riecht gut. Ja, ich wollte es mal riechen, mal riechen. Lasch mal was dran schnuppern. Schnipp, 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 schnupp. Schnubberkos. Ne, schnuppern. Man dran schlubbern. Ich bin schlubbern, ne? Sag mal, wie sieht's denn aus? So, mal. Wir sind bei 11 Minuten 31. Auch eine Wunderbar. Dann schaffen sie also gar noch zum Bus. Ich bin ja begeistert. bin ich das du kriegst du kriegst du musst dich auch echt bauen bin ich halt agi schuliken habe ich gelernt hat denken wir marsch das doch mal was gelernt gibt ja gar nichts was legen am arsch ne ne schuld auch mal momentisch ein gegner mehr hier wird hier voll auf den eingeprügelt habe wie sau aber auf dem könig hast du gesehen was das für ein keiler dance move vor da kann ich die ganzen gegner kann ja abgehangen kommen wir machen dass die todesfleisch wie dann unterhose alles so gut was sind da ist fast tot das ist wie in deiner unterhose das ist gut abgehangen wenn jetzt auch mit den zauberst du machst du es welche wenn ich mich rechtzeitig macht das ist aber schuld du hast einfach den größeren drücker ist klar größeren drücker vor allem was flinke finger ich merke du hast übung ja guck mal wo du schon wieder hinboxen der kurs das für ein scheiß ja guck doch mal dass du hier voll schwach bist und ich bin hier für den ninja klar jetzt gibt es nicht mehr nennen hüpft hier und dort und überall er ist für dich da wenn du ihn brauchst das ist der ninja man die bühne bis zu dir von der Sackgasse das ist die Sackgasse wo er geht es recht weiter da das ist die runde die runde das sind voll korrekt gelaufen für konkret alter ich mache hier noch ein schulken Königshilobu schüttelt jetzt muss er nur wo für geist auch wenn man denn sie für Kulose zauberheiler kippe ich mag das ja wie vor allem ja mich wird interessiert wie vieles auf nochmal auf ich müsste bei den Magie Levin muss auch mehr geben denke ich 3 Nils von gut 200 2 und 2 doch so ein Punkt von einem Punkt ist ganz gut kommen wir gelten lassen wenn es wieder mitnehmen Letzterrechte für das sich im nächsten Fall wenn es wieder heißt jetzt stört Letzterletzungen die letzte Letzterrechte und gucken und der kleine Punkt im Buschel der Katten und ich mich nicht ich komme ich streichle dich mit meinen zwei schwertern guck wie schön ich das kann das ist der punkt ist auch der kugel turm der pogo puschel sturm und dann würde ich sagen sehen wir zum nächsten part wieder als leistler von einer zwei der deutschen übersetzungen und wir werden dann sehen ob wir hier den meidigen mann land auch überhaupt eine chance haben ja jetzt kommt er aus der brüste mit kleinem nächsten folge voll krassen so macht's gut bis dahin und tschau oder wollen wir uns das aufheben für später die folge haben wir eigentlich jetzt hier ist jetzt nur noch der eine trache der andere trache für mir ist noch und dann kommt eigentlich aus meiner schwerte wochen also ich hoffe dass wir das ende nicht mehr im live stream genießen weißen ist doch eigentlich schon wenn man nächste woche also wenn du nächste woche live machst warum nicht am 18 das ist ja nächste woche dann halt sind dann probieren wir das zur not dann hätten wir uns einfach das ab hier auf ok probieren und dass die mir dann wenn es so ist ich weiß aber erstmal weil dann hast du schon mit was das spiel gespeichert ja ich mache es kann doch heiliges maler land guckst du hier 13 13 13 13 13 also dann hör mal ich trage ich euch mal ich will nicht mehr kicken ich kann mich selber nicht kicken lief ja und twitch oder weiß das nächste mal machen genau müssen wir gucken aber bis dahin ist woches teams beginn kriegen bei mary ja ich denke das wort man sowieso das nächste mal so wie ist es ja da können wir durchaus am anfang mal gucken wie das mit teamspeak ist mary mal teamspeak runterladen und mal in der windows feier wo also systemsteuerung feier wo und das programm teamspeak freigeben und dann kommt das nächste mal damit dann was an drei drei genau probieren muss man über studieren aber ich glaube war das nicht so dass es bei mir ging am pc aber du hattest du mit der zeit eine große latenz irgendwie irgendwas wurde wir waren mal checken jetzt schon es ging ja schon aber es hat sich nicht so gut angehört wir hatten ja dass das pfannkuchen problem kann sich nicht mal erinnert wo ich dann um mal zu testen wie weit mary von uns weg ist von der zeit her habe ich doch gesagt sagt mal pfannkuchen da ging es dann nach das wollen ja vielleicht trotzdem daran ja genau skype machen wollte stehe ich jetzt ach komm lass mal runter lass mal testen jetzt habe ich keine chance dann müssen wir das nächste mal machen naja dann machen wir das jetzt irgendwann mal die woche oder so oder das wochenende haben wir noch ein wochenende vor uns so weekend da waren dann wieder wie immer halt oder wie du was